herzlich willkommen zu einer Folge der Karte Evo Thüringen 2.0 wir machen jetzt weiter mit unserer Arbeit wir haben angefangen mit den Flügen von Feld Nr. 12 und von der Aussage von Feld Nr. 60 wir werden gleich die Fahrzeuge überstarten er hat kurz gespeichert also wir werden auch mal sehen auf Flügen wir werden gleich mal Ordner geben und zwar einmal Flügen das bietet sich an dann können wir das entsprechend hochschieben dann bieten wir einen Ordner an also legen wir einen Ordner an aus aus Saat dann gehen wir auf Flügen und Mauer auf Kurs geladen dann gehen wir ganz kurz in die Kontrolle Halt, Stopp, das ist verkehrt wir laden mal ganz kurz den Flügen das auch Saat ja, gut, okay okay, dann haben wir einen Ordner an der Regel geschoben gehen wir gleich rüber auf den Nächsten gehen wir gleich rüber auf den Nächsten das ist schon wieder so eierig aber das macht der seitdem würde ich nochmal Kursreversion lang gehen wir gleich rüber auf äh 69 hier wir haben auch gleich lahmen auch Saat auch Saat einschalten gut, kann arbeiten na gut, ein Stück nicht gemacht wir werden so nacharbeiten müssen, denke ich mal gehen wir gleich rüber zum nächsten Fahrzeug wir werden andere rüber fahren müssen mit Wascher mit Wascher wir brauchen jetzt auch wieder einen Flug das heißt ja, wo haben wir jetzt einen? wir dürfen müssen laufen, ne? so Sehmaschine da, 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 da Dünger, Dünger jetzt muss ich kurz mal den nehmen und zwar wir hängen den mal ab wir werden uns mal einen einzelnen Flug schnappen entweder bin ich ja zu blind oder ich sehe ihn einfach nicht da ist doch eigentlich ein ah, der ist unterwegs, der ist unterwegs den habe ich schon hingefahren na ja gut das heißt stehen lassen und den nehmen ja es wird lange her ja es wird lange her ne, heute fahren wir da aber wir brauchen ein E2 wir wollen da auf den 38 gleich anfangen oder machen wir erst die Felder 4849 fertig dann machen wir jetzt 4849 fertig und dann gehen wir näher bei und machen entsprechend also 3849 für zwei Faktoren fertig unser schöner Wald steht wieder aber wir werden das so schnell wie möglich aufforsten wenn wir es gefällt haben ich kann auch nicht sagen wann aber ich weiß das werde ich bald machen wir haben so eine arme Straße bekommen hier mit weißer Markierung 2 4 3 4 5 6 6 6 8 8 9 9 Jetzt müssen wir es hier aushalten bis zum Ende, bis eine neue Version kommt. Und zwar von LS oder von der Thüringen-Karte wird es keine neue Version geben, es sei denn, es werden so viele Fehler festgestellt, aber ich glaube eher nicht, dass es jetzt immer nur von hier ist. So, jetzt wollen wir das machen hier, Kurskenderierung, Feldnummer 49, zwei Vorgewände, speichern, Bayern, Bayern ist gut, 49, naja, lieber gucken, mal gucken. Frühling, Feld, 49, ja. Alles im Aussaat, naja. Aber der Eier ist auch so. Das könnte an Kurskender, anders würde ich mir nicht vorstellen. Gut, wenn ich mich mal anschauen. Hier wollen wir den Platz schaffen. Oh, nass. Fahren wir mal auf der Wiese rauf. Das ist hier Hof 1. Gehört uns aber nicht. Hier befindet sich der Schweinebetrieb, an meinem Wissen jetzt. Können wir irgendwann genauer den Hof 3 zeigen, sobald wir alle Maschinen im Einsatz haben. Gehört uns aber nicht. Gehört uns aber nicht. Ja, wir können jetzt Missionen machen, also schon mal erwähnt hatte. Das heißt, wir werden jetzt immer Arbeit haben und werden dann nicht nur Holz machen müssen. Gehen wir gleich auf Feld Nummer 48 fahren. Nummer 49. Entschuldigung. Ja. Da bringen wir mal durcheinander. Das ist ein bisschen eng hier. Aber die Bank ist sehr stabil, muss ich sagen. So, Lenkrad wieder hoch. Innenansicht, ein bisschen angenehmer zu fahren. Oh, da war nichts. Noch nicht. Ja, unser Ersatzflug blockiert. Oh, blauen Dunster hinten fahren, ne? Soll ich normal nicht machen, ne? Normaler Leben. Soll wir ein bisschen mehr da hinten schauen können. Ah, da hängt eine Kante fest. Jetzt soll's funktionieren. Und endlich mal vom Händler wegfahren müssen. Ah, wird schon wieder. Ich staune, dass wir heute Regen haben. Regen, Regen, Regen. Wenn man das gut für die Aussage, ne? Wo eigentlich vom Winter her normalerweise der Boden im Normalfall gut durchnestern sollte. Aber Hochwasser gibt's ja hier nicht. Und auch keine, äh, Feldspuren in dem Sinne, dass man sagen würde, Obst und Nass, wir kommen nicht rauf. Die werden jetzt uns versinken im Rast. Klappt der hier nicht. Ist im LSD vorgesehen. Ich sitze eigentlich, bin zu hoch im Traktor, denke ich mal, ne? Ich bin ein Riese. Nehmen wir an, die haben alle Standardfahrzeuge genommen und dann entsprechend, äh, naja, müsste man im Prinzip so machen, hat man im Prinzip optisch gesehen, den Kopf immer intakt noch tiefer sitzen sehen, dass man die Pfeiber nicht so hoch sieht. Oder der ist so gebaut, ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung. Ich hab noch keinen Deutsch gesessen. Ich hab noch schnell auf Feld Nummer 5. Wir fahren zum Fendt, aber so. Mit VW verkehrt nochmal sein. Also die Absätze von der Straße sind nicht mehr so extrem wie bei der vorigen Generation. Das ist ja im Prinzip jetzt angepasst worden. Das ist sicherlich ein Vorteil. Sechs überladen und so. Du wirst ja besser, von innen fährt sich geht besser. Kann man besser abschätzen mit Gas geben, mit Bremsen oder überhaupt mit Gas geben. Die Kurve reinfahren dann so. So, auf geht's zum nächsten Feld. Auf Feld Nummer 48 sehe ich jetzt gerade. Jetzt passt. So. So. Kursgenerierung. Weich. Alles weich. Das passt schon. Zahnbürger. Vielleicht lade ich mir gleich noch einen Kurs runter. Mal sehen, äh, den aktuellen Cosplay. So, jetzt flügen. Ja, flügen nur 48. Ja, der macht den gleichen Sperenz hier und ich weiß auch nicht mehr rum. Obwohl, es wird besser. Ja, ja, genau so. Vielleicht ist der Feldrand, äh, ne, das kann es auch nicht sein. Bei meinem Arschfand, die Felder alle im rechten Winkel mehr oder weniger, da hat er genau so geäiert. Aber hier ist es vom Eiern her geht. So, jetzt haben wir drei Fahrzeuge im Einsatz, äh, vier, vier. Jetzt werden wir uns die Sehmaschinen vornehmen und entsprechend voll machen und nach hinten fahren. Musik 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 so lebt man viel arbeit viel fahrerei sinnlos immer schauen über die kühlen gang kriegen also wenn man kühl kaufen krähe krähe herab wer auf die neurogeber verzichten kann entschuldigung ah nee mit season schwimmen wir mit sechs tage jetzt mit sechs tage pro jahreszeit es ist ein bisschen weniger stress ein bisschen weniger risiko wegen regenwetter bei der ernte entsprechend mehr zeit haben hier sitzen wir ein bisschen tiefer im traktor als im deutschland wieder die krimine selbkriegen herunterlärer ist ja nächstes war schon ein komischer blauer himmel und regner ja loben und schon haben das nicht gut ich habe nicht so viel so liebe freundern auch für das soll es heute gewesen sei ich dank fürs reinschauen nehmen wir ganz kurz im timer wenn er hier sind sitzen dann sage ich mal einen schönen dank fürs reinschauen natürlich freut mich darüber wenn sie morgen wieder einschalten dann seid mal schüß und winke winke bis dann schaui